willkommen zum hardtalk podcast heute wollten wir wir haben schon ganz lange hier einen riesigen Stapel von Zetteln liegen, die wir zwischen den Jahren gemacht haben, als wir uns überlegt haben, wie soll es mit We're Here, We're Now weitergehen, dazu hatten wir ja auch letztens schon mal einen Podcast gemacht und wir wollten einfach mal so ein bisschen über den Prozess reden wie sich das so entwickelt hat, weil wir sind letztes Jahr haben wir uns entschieden, alles in Berlin aufzugeben, alles in Kisten zu packen und in den Van zu ziehen und wir hatten nicht so richtig einen Plan ich glaube, unsere ersten Ideen waren wir machen halt Vlogs und wir gucken mal, wie das läuft ob uns das überhaupt liegt und ob das irgendwie Spaß macht, den Leuten so eine neue Perspektive darauf zu eröffnen, wir haben relativ schnell gemerkt das muss auch uns Spaß machen und dass es uns keinen Spaß macht, uns den ganzen Tag zu filmen und dass es uns auch nicht, also ich glaube, es ist auch was wo man sich dran gewöhnen muss, immer wieder die Kamera in die Hand zu nehmen Am Anfang war es echt schwer Ja, es ist aber auch einfach nicht, wie wir unseren Tag gestalten und ich habe auch nicht das Gefühl, dass unsere Tage überhaupt so spannend sind dass das jetzt ständig gefilmt werden müsste aber naja, auf jeden Fall, wer uns schon länger begleitet hat vielleicht auch mitgekriegt, dass wir am Anfang hauptsächlich so über unsere Reise geschrieben haben auf unserem Blog und dann hat sich das so langsam entwickelt dem Baltikum Die wird sich ja auch an, weil Natur und Vanlife ist eh ein Thema was die Leute so ein bisschen Wanderlust-Feeling packt und dann hatten wir gedacht, dass das, wenn wir das eh schon machen dann können wir es vielleicht auch dokumentieren Das hat uns Spaß gemacht Wir fanden uns witzige Beiträge, es hat uns Spaß gemacht, die zu schreiben aber wir haben gemerkt, so auf Dauer ist es nicht das, was uns nährt und wahrscheinlich auch nicht eher nährt weil wir haben ja auch deshalb sind auch deshalb losgefahren weil wir so wissen wollten was wollen wir eigentlich und was wollen wir in Zukunft machen Was ist Erfolg für uns? Ja Auch ein wichtiges Thema Und genau, jetzt wollten wir einfach mal so ein bisschen durch diese Zettelwirtschaft gehen die wir gerade schon mal so ein bisschen sortiert haben und nochmal geguckt haben, um vielleicht auch dir Impulse zu geben wenn du dein eigenes Herzprojekt startest oder überhaupt einfach ein Ziel, eine Wunsch, eine Vision für dein Leben hast und nicht so genau weißt, wie du gerade weitermachen kannst Oder wie man überhaupt rangeht an sowas Also wir brachten jetzt nicht die Universallösung aber das Also naja, auf jeden Fall unseren Weg zeigen wir Weil wir waren kurz vorher ziemlich frustriert weil oft sieht man, ich glaube der Punkt ist man sieht manchmal vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr man geht diesen ganzen Weg und ganz viele Dinge bewegen sich Man macht auch viel Man macht viel Also es ist nicht so, dass wir die ganze Zeit nur irgendwie jetzt hier rumsitzen Wir haben super viel auch ausprobiert letztes Jahr einfach wenn man, also wenn du auf unserem Blog mal warst oder auf unserer Webseite dann hast du es vielleicht auch gesehen Also wir haben von Yoga-Videos über Reiseblogs bis hin zu Plastik haben wir alle möglichen Themen schon bespielt auch einfach mal zu gucken, was begeistert uns eigentlich und dann war so irgendwann der Punkt, wo wir gesagt haben Okay, jetzt müssen wir uns mal hinsetzen und überlegen Was ist eigentlich unsere Vision und wo wollen wir hin Wovon wollen wir mehr machen und wovon nicht mehr so viel Genau und das folgt vor allen Dingen erst weil man hört immer, man muss eine Nische finden gerade im Internet und im Online Ich habe die Erfahrung gemacht dass erstmal man wissen sollte was einem überhaupt Spaß macht um dann dort tiefer reinzugehen weil ich kann die beste Nische finden wenn ich keinen Bock habe was dafür zu tun oder in die Richtung meine Energie zu wenden dann nützt mir die Nische einfach auch nichts Das unterscheidet für mich auch ein Herzensprojekt, wie ich das gerne nenne von einem Projekt, was einfach dazu dienen soll irgendwie Geld dran zu schaffen Wenn wir von Herzensprojekt sprechen dann meinen wir Projekte, die wirklich die in beide Richtungen gehen die sowohl die Menschen nähern, die das Projekt starten und vorantreiben, als auch die Menschen die das Projekt, die Produkte was auch immer daraus entsteht konsumieren, beobachten, verfolgen und so weiter Und eine der ersten Fragen die wir uns gestellt haben ist was wir manifestieren wollen Also wir haben da so ein paar Genau Da steht zum Beispiel sowas drauf wie finanzielle Fülle Ich meine klar das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt der letztes Jahr für uns immer wieder relevant war Geld, Finanzen, finanzielle Fülle Wenn wir keine Ressourcen haben können wir auch nicht geben und da erstmal zu überprüfen wie das eigene Mindset bezüglich Geld ist und das zu verändern und zu verwandeln um eine gesunde Beziehung zu Geld zu haben ist glaube ich essentiell um auch ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen Ja und wir haben auch irgendwann festgestellt dass ein energetischer Austausch wichtig ist für wenn man Dinge tut und wenn man Dinge macht Ja einfach um auch so ein bisschen Commitment und Willingness zu zeigen wenn man anders teilnimmt zum Beispiel Ja genau Also haben wir hier so eine Liste geschrieben was wir manifestieren wollen was uns wichtig ist da steht auch drauf dass wir Menschen helfen wollen dass wir der Gemeinschaft dienen wollen Zweiter Punkt auch spirituelles Wachstum und Anerkennung und auch Wertschätzung und auch so eine Balance zwischen ja zwischen der spirituellen Welt und auch der materiellen Welt wobei man vielleicht sagen könnte es ist alles eins aber eine Balance zu finden wie machen wir Business und bleiben trotzdem unseren Werten treu glaube ich das ist die Frage Ja und was auch draufsteht ist keine Angst mehr zu haben sich zu zeigen oder davor was andere denken weil gerade wenn wir hier vor der Kamera sitzen oder uns auf Instagram zeigen fühlen wir uns schon Verletzlich Verletzlich auch wenn es uns großen Spaß macht und wir kleiner kleiner Insider wie oft die Videos selber danach nochmal angucken Qualitätskontrolle Qualitätskontrolle aber aus den ganzen Sachen haben wir auf jeden Fall unsere Visionen für dieses Jahr und auch für die folgenden abgeleitet aber als erst mal primär uns auf 2020 auch ja fokussiert weil das liegt einfach bevor und da wird sich viel verändern deswegen haben wir uns erst mal darauf konzentriert auch genau und auch einerseits um uns eine Richtung zu geben und wieder so ist es immer glaube ich so dieses diese Balance zwischen Yin und Yang Yin diese weibliche Energie oder das weibliche Prinzip was nicht bedeutet Frau aber so dieses im Leben sein im Fluss sein im Sein sein im Kreieren und Erschaffen sein und Yang das männliche Prinzip eher auch wieder raus zu zoomen und den Überblick zu haben ja also immer wieder sich auch diese Möglichkeit zu geben einen Schritt zurückzutreten von all den Dingen die man so tut und zu gucken ist es überhaupt noch in Einklang mit dem was wir wollen und was wollen wir überhaupt und vor allen Dingen gerade wenn wir dadurch dass wir auch als also am Anfang als wir hier genau überhaupt der Spruch entstanden ist es war schon dieser Gedanke da irgendwie hatten wir das Gefühl wir würden gern was zusammen machen und gerade wenn man aber als Paar gemeinsam liebt und lebt und das noch auf engstem Raum und gemeinsam arbeitet glaube ich ist ganz wichtig dass man und das haben wir auch so gemacht zu gucken was ist Stefans Vision was ist meine Vision und was ist daraus die Essenz was ist unsere gemeinsame Vision das ist super wichtig weil so schließt man halt Missverständnisse aus oder schafft im Umkehrschluss auch gleich ein solideres Fundament weil wenn man das nicht macht dann sind vielleicht Dinge unausgesprochen oder offen die dann dem Erfolg oder was auch immer Erfolg sein mag im Weg stehen unter Manifestation deswegen war das eigentlich unmittelbar das Wichtigste was eigentlich unsere individuellen Visionen sind damit wir sie zusammentragen können und dann schauen können wo ergänzen wir uns weil da haben wir zum Beispiel also wir beide können uns sehr sehr gut in vielen Dingen ergänzen und wenn wir wissen wo wir uns ergänzen können und was wir brauchen auch für uns selbst dann ja hilft es der ganzen Unternehmung quasi unsere ganzen Vision auch festzustellen wo man vielleicht Reibungspunkte hat wo es vielleicht nicht passt ist jetzt bei uns glücklicherweise nicht so der Fall gewesen aber es kann ja auch passieren und ich glaube viele von uns vermeiden gerne die Konfrontation und wollen dass es immer harmonisch bleibt und deshalb ja vielleicht diese kritischen Themen nicht ansprechen aber es ist einfach total wichtig dass man das früh genug macht und dann kann man vielleicht auch noch einen gemeinsamen Weg finden bevor man zu weit auseinandergetriftet ist auch ja ja das ist auch das ist glaube ich für mich auch so eine Erkenntnis des letzten Jahres dass es einfach wirklich so ein großes Geschenk war was wir uns selber gemacht haben dass wir in den Werden gezogen sind dass wir einfach mal gemacht haben obwohl es uns auch für viele viele Herausforderungen gestellt hat und viele Themen hochgebracht hat und Glaubenssätze hochgebracht hat die uns aber letztendlich dazu aufgefordert haben eine starke Basis zu bauen weil wir sind jetzt auch noch keine zehn Jahre zusammen ja und kennen uns in- und auswendig und wissen genau miteinander also jetzt schon oder viele Dinge wissen wir jetzt aber es war schon ein mutiger Schritt fand ich ja ich glaube wie wir alles gemacht haben ja ich glaube dass selbst jemand kommt natürlich aufs Leben drauf an aber Menschen bei denen sich das Leben sehr sehr häufig wandelt aufgrund des Lebenszils und man sich immer anpassen muss dann lernt man auch nach zehn Jahren noch was vom anderen weil immer neue Situationen kommen immer neue Herausforderungen kommen die man angehen kann und kein Tag ist wie der andere deswegen wenn man da offen bleibt dann wird das auch nie langweilig glaube ich also ich meinte auch vor allen Dingen weil ja gerade am Anfang wenn man in eine Beziehung eintritt jetzt waren auch nicht wir beobachten das viel dass gerade so eine Phase ist wo viele Menschen sehr schnell in sehr intensive Beziehungen gehen und es ist glaube ich total schön sich da wirklich so zu committen und aufeinander einzulassen aber man muss halt einfach auch wissen diese erste Verliebtheitsphase die geht vorbei und dann kommen Themen hoch die da kann am Anfang ein Moment gewesen sein wo die Seelen aufeinandertreffen das bedeutet aber nicht dass nicht Ego-Themen wieder reinkommen und dass man nicht plötzlich mit Themen aufeinanderprallt ich meine wir haben unterschiedliche Arten und Weisen wie wir gelernt haben mit Geld umzugehen ja ganz wichtiges Thema so und jetzt jetzt ziehen wir in den Van und plötzlich ist Stefan der Hauptverdiener ja kann man sich vielleicht schon vorstellen dass da dass da auch viele Reibungspunkte waren und viele Themen hochgekommen sind die uns aber letztendlich die Gelegenheit gegeben haben gemeinsam auch zu gucken was sind unsere Werte was wollen wir gemeinsam als Paar und als Familie unabhängig von dem was wir von unseren eigenen Familien gelernt haben genau das haben wir auch schon das haben wir schon so ein bisschen behandelt genau wir haben uns dann gefragt was ist Erfolg weil als alter BWL-Student war Erfolg noch nie für mich was Negatives oder Positives sondern eine Entwicklung folgte auf eine andere das ist eigentlich im Endeffekt Erfolg und wenn du ein Minus auf dem Konto hast dann kann das auch ein Erfolg sein der Jahreserfolg schon da steckt eigentlich viel Spiritualität drin wenn man ein bisschen anders hinguckt weil Erfolg ist bei den meisten konnotiert und das war es früher bestimmt bei mir auch mal viel Geld zu haben erfolgreich zu sein bekannt zu sein viel Einfluss zu haben ja diese Dinge die man normalerweise so kennt aber wo wirklich die Essenz drin steckt wo kann ich mich verwirklichen was macht mich glücklich und zufrieden was ist Glück überhaupt das hat ja auch so ein bisschen was vielleicht mit Erfolg zu tun das sind Fragen die wir uns dann deutlich intensiver auch gestellt und angeschaut haben weil es vielleicht auch sein kann dass Erfolg ist wenn man einen Tag im Garten verbracht hat und da vielleicht die Zeit für sich vielleicht auch hatte ja und die Zeit für sich vielleicht auch hatte zum Beispiel oder für die Familie also es gibt ganz viele Möglichkeiten von Erfolg und es muss nicht nur das finanzielle Reichtum auf einem Bankkonto sein ich glaube da ist auch eine schöne Übung einfach sich selber mal Journal in die Hand zu nehmen und aufzuschreiben wann sind wann hatte man Momente im Leben wo man sich erfolgreich gefühlt hat und sich auch nochmal dahin zurückversetzen und sich auch überlegen oder reinspüren wo wie fühlt sich Erfolg im Körper an und wo fühle ich Erfolg im Körper damit wir überhaupt auch wissen was was ist Erfolg für uns ja weil häufig jeder hat eine andere Definition davon und es gibt auch eine kollektive Definition davon und dann ist es immer wichtig dass wir auch gucken wo gleichen wir uns an weil wir denken das wäre Erfolg und was ist wirklich Erfolg für uns damit wir dann auch wirklich unser Leben danach gestalten können und das heißt nicht dass man nicht erfolgreich sein kann auch und glücklich und zufrieden mit viel Geld auf dem Konto aber ich weiß von mir vor zwei Jahren war ich finanziell deutlich erfolgreicher als jetzt war aber nicht unbedingt glücklich weil ich sehr sehr viel Lebenszeit gegen Arbeitszeit und Geld eingetauscht habe dann haben wir uns gefragt das war für uns auch ein wichtiger Schritt einfach um mal zu sehen was haben wir letztes Jahr eigentlich gemacht also die Frage war was sehen Menschen gerade von uns auch hier wir now und auch von uns als Menschen und einerseits war glaube ich so dass der Konsens okay es ist ein bisschen Chaos und Wirrwarr man kommt auf unsere Website und weiß nicht so genau was bieten wir eigentlich an lag auch daran dass wir es selber nicht so genau wussten und auch daran dass wir einfach ausprobiert haben experimentiert haben und uns auch We're Here We're Now war für uns immer ein Raum in dem auch alles einfach erstmal passieren darf und alles seinen Raum hat und dann können wir gucken wie Stefan hat mal kurz geguckt wie lange wir schon reden und jetzt bin ich aus dem Konzept gebracht aber die Frage war was wollen wir und was begeistert uns und das haben wir letztes Jahr einfach uns erlaubt und gemacht und das war super cool für mich zumindest auch die Essenz um dran zu bleiben wenn es mal schwierig wird weil wenn ich das auch wirklich will dann nehme ich auch in Kauf dass es mal knackig wird und sitze dann vielleicht auch länger und sage okay es ist unangenehm aber für einen Zweck hinter dem ich stehen kann genau und dann haben wir uns auch gefragt was sollen Menschen nach We're Here We're Now sehen das war dann so dieser dieser Übergang oder für dich jetzt vielleicht in deiner Situation wenn du selber auch vielleicht ein Herzprojekt starten willst so was was willst du in die Welt bringen was wenn Menschen dein Produkt dein Projekt sehen was für ein Gefühl soll es auch in ihnen erzeugen ja für uns war es immer das größte Ding wir wollen wir wollen einfach ehrlich sein und Themen aufmachen die vielleicht so nicht besprochen werden und authentisch sein und deshalb auch ein wichtiger Punkt warum wir uns hingesetzt haben weil wir wollen einfach dass wir hier We're Now auch bespielen können von denen wir denken dass sie einen Mehrwert haben eine Relevanz haben und Themen die uns Spaß machen aber die hoffentlich auch den Menschen Spaß machen die zugucken ja und vor allem die uns auch geholfen haben also alles was wir auf We're Here We're Now zum Beispiel machen auch auf Skip Crunch Time sind Dinge die wir schon sowohl ausprobiert haben und auch teilweise gescheitert sind mit manchen Dingen und auch das dann weitergeben können aber We're Here We're Now hat die Ausrichtung auf erfüllte Beziehungen oder auf glückliche Beziehungen für ein erfülltes Leben und das ist was was wir selbst an uns erfahren haben und deswegen und Wissen um die Kraft und das Potenzial und deswegen sonst würden wir es nicht machen und es geht halt auch so viel weiter weil gesunde Beziehungen fangen bei uns an ja das ist die Essenz daraus das Bewusstsein zu schaffen dass man im ersten Moment keinen Partner braucht um die Basis zu schaffen für eine gesunde Beziehung weil es ist im ersten Moment eine Entscheidung für mich selbst eine Entscheidung für meine Bedürfnisse für meine Grenzen für das was mir gut tut und von dort kann ich dann eine gesunde Beziehung auch erschaffen und Beziehungen sind einfach machen unser Leben aus ja wir stehen wir stehen nicht nur in Beziehung zu anderen Menschen sondern auch zu unserer Umwelt ja alles hängt miteinander zusammen und das ist glaube ich so ja das das bigger picture davon genau dann haben wir uns auch gefragt was bringe ich aktuell schon in We're Here We're Now ein auch um so ein bisschen zu sehen wo ist noch Potenzial und was bringe ich vielleicht ein was ich gar nicht mehr so viel machen will ja und was ich auch wichtig finde ist wir es ist natürlich immer eine kommt immer auf den Standpunkt an und auf die Wahrnehmung ich glaube mir passiert es häufig dass ich extrem viel einbringe aber sichtbar ist es nicht und ich glaube das ist super wichtig also für mich war es zumindest super wichtig immer aufzuschreiben was jeder von uns eigentlich da alles reinsteckt und wie viel Arbeit dahinter steckt und wie viel ja wo wo vielleicht auch noch wir bei mir kommt es oft vor ich mache sehr viele Dinge an der Webseite und Grafischdinge und das geht mir halt leicht von der Hand deswegen finde ich es gar nicht so besonders aber dadurch dass ich das runtergeschrieben habe und mal gesehen habe okay wow das ist doch ein enormer Anteil an Dingen die ich dort einfließen lasse die niemand eigentlich so weiß weil man sieht halt die Arbeit nicht die dahinter steckt die Stunden die da vielleicht an an Wissen schon reingeflossen sind wie die Webseite programmiert oder sonstige Dinge also das sind lauter und das sind ja nur technische Sachen abgesehen jetzt mal von den inhaltlichen Sachen die wir spielen deswegen ich fand es extrem wichtig zu schauen schöne Gelegenheit dich selber zu feiern schöne Gelegenheit dich selber zu feiern ja genau und zuletzt ähm nee zwei Punkte waren noch einmal die Frage was brauchen wir ganz praktisch mit Rückblick auf die letzten Monate was sind die Routinen und die Rituale die für uns wichtig sind Struktur wie lange wollen wir am Tag arbeiten auf welche Art wollen wir am Tag arbeiten auch Stichwort Deep Work wollen wir den ganzen Tag sitzen und einfach irgendwas machen und manchmal auch so einen Hänger drin haben oder wollen wir lieber sagen wir machen zwei Stunden wirklich konzentrierte Arbeit ohne Ablenkung und dann machen wir aber auch die Pause und dann ist auch gut wenn wir es jetzt dann machen oder um fünf Stunden Schluss machen und dann auch Raum zu haben um was zu lesen und sich wieder neu inspirieren zu lassen weil die ganzen Dinge die wir auch teilen ähm die erarbeiten wir uns natürlich auch ne also oder haben wir uns schon erarbeiten dafür ist halt auch Zeit ähm also das ist eigentlich das Wichtigste finde ich fast sogar Quality Time für uns selbst und füreinander zu haben und ja das steht auch drauf sowas wie Neumond oder Vollmond Ritual ähm Dinge die einfach für uns im letzten Jahr auch super gut funktioniert haben um das um unser Leben unseren Alltag und unser Arbeitsleben äh bewusst zu gestalten Samen zu säen und dann zu ernten und auch zu sehen wie sich das mit der Zeit verändert und wann die Energie für was da ist oder auch nicht ich habe auch gelesen FF Finanzplan da gibt es viele verschiedene Interpretationen es könnte fast forward sein es könnte äh äh fucking Finanzplan sein ja aber es ist ähm glaube ich immer wichtig auch so ein bisschen ähm 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 gespürt zu haben für wo steht man gerade nur um so ein bisschen ähm die Angst der Unwissenheit rauszunehmen weil die lähmt einen nämlich auch ganz schön stark bei uns heißt es jetzt FFF Fülle Finanzplan ja ne Fülle Finanzplan FF FFF ich weiß nicht genau aber ja und zuletzt haben wir uns einfach gefeiert und aufgeschrieben worauf sind wir stolz und wofür sind wir dankbar weil es einfach so wichtig ist dass wir uns auch in so ein Fülle Mindset bringen dass wir im Körper spüren wie sich Fülle anfühlt und dass wir vor allen Dingen uns auch mal mit all den Dingen die wir vielleicht noch nicht geschafft haben und die auf unseren Zetteln stehen an Visionen und was wir nicht alles wollen dass wir uns erinnern dass wir schon so so viel haben und so viel geschafft haben ähm ich meine alleine letztes Jahr wir haben We're Here We're Now als Website gebaut wir haben noch diverse andere Webseiten für andere Menschen gebaut wir haben einen eigenen Podcast mit 14 Folgen gestartet wir haben ein Hardtalk Kartenset entwickelt was jetzt auch bald in Produktion geht ja wir haben wir sind ins Vanlife gestartet wir haben unsere eigene Hochzeit gefeiert und dabei selber eine Zeremonie gestaltet 60 Blogposts haben wir geschrieben über 60 und wir haben einige Yoga Videos produziert so am Anfang des Jahres es ist so viel passiert und wir sind echt mehrere Webseiten gebaut darf man auch nicht vergessen wir haben extrem viel das hatte ich schon gesagt ach so wirklich aber wir haben noch mehr Webseiten gebaut wir können auch noch mehr aber ja und alles hat eigentlich angefangen damit mit dem Talking Stick nicht alles Habst du? ne auf Sarima auf der Insel genau das war so da hatten wir nachts so eine Epiphany so hey der Hardtalk und dann haben wir diesen Talking Stick kreiert und ja lass mal Hardtalk oder Talking Sticks verkaufen das war das allererste und das hat für mich auf Amazon dann haben wir nicht genug Talking Sticks gefunden ach scheiße Amazon ist der Feind kann man nicht machen ja und wir waren in allen möglichen Läden und haben Sachen gekauft um die zu gestalten der hier ist besonders schön geworden ist aber auch unserer ja vielleicht kommt das irgendwann noch wenn wir genug Treibholz finden um die zu gestalten und erkennen auch wieder Zeit um solche Sachen zu tun also genau ja und zu guter Letzt ist glaube ich das Wichtigste was wir auch letztes Jahr gemerkt haben alles ist zur richtigen Zeit irgendwie da gewesen hat sich wie ein Puzzle zusammengesetzt und man kann einfach ein Grashalm nicht im Wachstum beschleunigen indem man daran zieht alles braucht seine Zeit und gerade bei Herzensprojekten glaube ich kann man gewisse Schritte einfach nicht überspringen weil man hängt da als Person als Mensch selber mit drin mit all seinen Erfahrungen Wissen, Erkenntnissen Ängsten, Glaubenssätzen und es ist einfach glaube ich super wichtig sich selber die Zeit zu geben sich selbst zu entdecken und zu erfahren damit man auch klar da drin sein kann was will ich und wie will ich es vor allen Dingen was ist für mich okay und was nicht und ja das das ist die Essenz gehoffen das hat dir vielleicht auch weiter geholfen wenn du selber ja vielleicht mit oder ohne Partner ein Unternehmen starten willst wenn du Träume hast machst du am besten mit Partner nicht unbedingt mit einem Beziehungspartner aber generell zu zweit das ist ein kleiner Tipp von der Gründerin von Amora Liebe der wo ich mal gearbeitet habe machst du am besten zu zweit weil da kannst du die die Highs und die Erfolge kannst du dann zu zweit doppelt so gut feiern und durch die Lows könnt ihr euch dann durchtragen was nicht heißt dass man nicht alleine gründen sollte und falls ihr mal ein Sparing braucht stehen wir auch da zur Verfügung und es geht ja auch nicht nur um Gründungen sondern auch einfach um ganz persönliche Träume und auch da mit dem mit dem Talking Stick ist nämlich das Hardtalk Coaching entstanden und da stehen wir gerne zur Verfügung um einfach ja zu supporten da zu sein mit uns als Gleichgesinnte als Gleichgesinnte Impulse zu geben und auch unsere Erfahrungen zu teilen einfach in einem noch viel intimeren Setting ja deswegen würde ich sagen hast du sie ja bis dahin vielen Dank für diese kurze Episode Hardtalk Podcast schenkt dir ein Ding bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal